in der letzten folge haben wir eine art uhrenrätsel gelöst und nun müssen wir zum leuchtturm und müssen das licht hier auf die bühne projizieren damit der vater von die die licht hat um seine show vorzuführen ja diesen abschnitt spiele ich noch mal denn die sind ein ein mal schaltet es auf die bühne gerichtete nicht ein so und warum ich das jetzt hier schon kenne ist hier rein denn sobald ich hier reingehe kann ich hier nicht mehr speichern also ich muss diesen leuchtturm hier komplett in einem rutsch machen denn ich war beim letzten mal schon sehr weit oben also beziehungsweise schon fast ganz oben aber auch hier relativ lang gebraucht bis ich das toll gemacht bis ich das verstanden hat dass ich die die kiste hier ach so genau ja sehr geistreich aber gut die kiste steht noch das ist okay gut beim letzten mal hat das besser geklappt okay okay Können wir jetzt von hier schon rannehen, ne? Ja, das... Nochmal Kiste nehmen und hier abstellen, berücksichtigt Kiste. Genau. Jetzt haben wir die Kiste nämlich hier. Genau, können die Kiste nehmen und die hier drauf stellen, damit die Leiter runter geht. Die Kiste hier drauf. Ja, hoch! Ja. 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 Das müssen wir hier absetzen. Dann hier rein. Das hier anmachen. Achso, genau. Ja. Ja. äh, dann das hier, halt, die Absätze, äh, und die Kiste hier absetzen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und ich glaube, die dann hier absetzen, weil wir die dann, glaube ich mit dem hier darüber müssen, genau, müssen wir hierher bringen, also ab hier ist es jetzt sehr blind. Hm. In der nächsten Folge schauen wir dann, wie wir hier weiterkommen.